so soll das heißen ok das wir haben außer mal gesteig er sei ich doch das ist auch mal machen wir erst das mit den elfen also magier erzählt uns was los ist die eluvien sind miteinander verbunden falls sie noch existieren führt euch eine von ihnen zu den anderen aber der den ihr kennt ist zerstört und verderbt wir brauchen also etwas anderes um die magie zu verstärken die lichter alethans ja lasst mich mit euch kommen ich kann euch helfen bitte ich dachte sämtliche spiegel seien zerstört ich kann mir die chance ein von ihnen zu finden nicht entgehen lassen ich habe seit einiger zeit die erlaubnis meine forschungen außerhalb des turmes fortzusetzen aber bis jetzt hat sich mir nie eine gelegenheit dazu geboten es gibt wohl für alles ein erstes mal ich bin mir sicher dass irgendwo in meinen büchern eine karte zum kadash teig ist ich werde sie unterwegs schon finden ja dann hat euer name auf elf ist eine bestimmte bedeutung bei den schöpfern warum werden angehörige anderer völker das eigentlich immer wieder gefragt also ich wollte nicht was ist mit euch wurde ihr nach der flosse irgendeines heiligen fischs bin nennt um ehrlich zu sein war mir der hochwohlgeborene florian finneas rennt einfach ein bisschen zu lang und ich war es leid von den anderen schülern immer flora genannt zu werden und die cash tag ist in der nähe dann gehen wir erst dahin ich glaube ich mag die tiefen wege nicht es gibt weniger dunkle brut als ich dachte aber ich fühle mich beobachtet moment warum haben wir halt gemacht ist dies der kadash teig gut also ich bin meine alten notizen durchgegangen haben wenn die elfen die relikte durch magie verborgen haben kann nur das blut ihres volkes sie offenbaren wir brauchen euer blut wie bitte nur ein paar tropfen das ist alles nun das blut verleiht dem zauber nicht seine macht es ist nur eine komponente es ist definitiv eine grauzone also sollte das lieber unter uns dreien bleiben in ordnung uns vier in euren adern fließt das blut der elfen alle fans also seid ihr die einzige auf die diese verzauberung reagieren wird also gut aber nur weil mich das ganze gerede darüber schon kribbelig macht ein paar tropfen es geht ganz schnell mein zauber wird magische wirbel enthüllen wenn wir darin stehen müsste uns die energie die zu den relikten gezogen wird zu ihnen führen sobald wir in den einflussbereich der lichter alle fans kommen wird aliens blut sie uns aber wir müssen dafür das packt schon wieder das heißt jederzeit könnte das spiel wieder abstürzen ich save nochmal eben ach das ist so nervig einfach das ist immer so eine scheiße passiert dann werden wir das am waking dlc noch durchjagen damit wir mit dem zweiten teil irgendwann mal anfangen können da sind die schieflauer die machen die ganze stelle marken das ist auch so ein dinosaurier das spiel ist abgestürzt da ich ja das ja ich weiß warum ja genau weil du keinen von diesen komischen saurier bekommst habe ich schon lange vor fünf minuten habe ich die letzte folge beendet die inschrift hier drüben ist in einem alten zwergendialekt verfasst falls ihr weitere derartige in schriften findet mit ihm können wir die energie sichtbar könnt ihr sie sehen könnt ihr dem weg folgen weißt du gerade gar nichts falscher charakter schmerzen das würde man in einem feld voller sterne stehen ohne jegliche magie aber dieser ort ist überwältigend ich weiß wo mein ich weiß wo meine anderen waffen sind ja ich habe sie gefunden ja ich habe einfach die falsche taste davon gerückt mein amulett und sowas ist auch weg also auch hunde bleibst erstmal hier stehen ja wie ihr meint ich glaube denn 20 da kommt zu uns jünger kommt zu uns kommt zu uns jetzt alle da drauf die schon wieder ich kriege den anfall schnauze kann doch nicht sein so was schnauze 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 wir haben ihr verhöhnt die speicher haben wir das mit dem blut gefaselt schon ich glaube ja ja wir müssen hier aber ja tue ich doch gerade schon weil da ist der nächste so finde ich komm mal her jetzt kann es bei jedem kampf noch mal zu speichern darunter glaube ich welcher trotzdem mal eben die geschichte der zwerg wir sehen die magische energie okay dahin ist der nächste weg so ein Bronto. Wo habe ich den hier verhöhnt? Der Bronto ist down. Darf ich glaube ich in die falsche Richtung. Er speichert automatisch, das gefällt mir nicht. Ich habe gerade gesagt, fuck? Ich glaube, dieser Ort könnte der Richtige sein. Hier was hier soll es sein. Ach da. Alter Elfenwächter. Wird erledigt. Oh, ich sehe gerade etwas, was mir nicht gefällt. Ich nehme an die Hunde und Schlag. Du keine. Ach, sind wir für ein Schurke? Ey, oder ist das kein Schurke? Wo habe ich denn hier? Ich habe ein Talente. Ach nee, das ist kein Schurke, das ist ein Krieger. Okay. Das erklärt einiges. Das sind Zweihandträger. Achso, ein Krieger mit zwei Einhandrafen. Bei dem Spiel jetzt nicht. Nicht, dass der mir gleich schon wieder abschmiert. Achtet darauf, wohin sie sich bewegen. Äh, ich gucke ja gerade. Sie kommen aber. Sie gehen da hinten rüber. Vielleicht zu dem hier. Es ist, als würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Ich bin jetzt gerade aus rüber. Ich habe eher so das Gefühl, ich laufe im Kreis. Oh, was ist das? Irgendeine Art Monument vielleicht. Achtet darauf, wohin sie sich bewegen. Ja, tue ich ja. Aber die gehen da runter. Ach, da in die Ecke gehen sie. Mal sehen. Alter, ich bin weg als Boss. Natürlich. Ich muss immer mit Recht und es wird immer irgendwas gemacht. So, auch weg. Okay, und jetzt? Der geht runter und dann um die Ecke. Ich sehe aber nicht genau, wo der hingeht. Irgendwo hier rum soll der gehen. Aber ist die Frage, wo er dann hier hingeht. Hier ist nix. Geht weiter hier. Oh. Ich habe da was gepult. Böser Wauwau. Der Togo hat gepult. Oh, Kampfmage. Kommando darüber. So, wo geht es jetzt hin? da hinten aber ich spreche aber erst mal nicht dass wir das gleiche abschmiert diese relikte uns dorthin führen könnten wo einst alles entstand es wirkt nicht allzu glück okay es geht alles dahinten rüber weiß ich nicht wie viele relikte das insgesamt sind ob das nur drei stück sind wird gespeichert aber wo geht das hin auch da vorne magia es geht immer noch weiter glaube ich über die brücke rüber papier fetzen jetzt habe ich das geskippt normalerweise es ist eine seltsame vorstellung das ist also noch nie das ist das erste mal schon draußen aber es war schrecklich wir mussten die Okay. Wollen wir einfach die Hälfte von dem nicht versteht, was er labert die ganze Zeit. Rüstungen nicht hinterherschwimmen. Es ist, als würde man in einem Feld voller Sterne stehen und sie zeigen uns den Weg. Aber hier ist doch der nächste oder nicht? Wer sind denn das noch? Da drin ist das. Das ist ein bisschen weh, findet ihr nicht? Ich mag ihn als Wachhasse in jedem Spiel. Außer man spielt selber ein. Mal denken, das ist heute schon mal mit dem Internet los. Wir haben gerade echt Internetprobleme, also Upload-Probleme gerade. Weil die, wir kriegen den Scheiß. Ich mag ja nicht auch. Ja, Leute, hier, da, Fokus, da, den da. Nichts anderes. Nur den hier fokussiert. Wir haben vier Lichter Alephans. Ich hoffe, sie reichen aus. Allerdings brauchen wir noch immer die Scherbe des Illuvien. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zu den Elfenruinen aufbrechen. Ja, machen wir. Neues Elfen. Ich glaube, das werde ich immer als extra, extra Folge dann machen. So, dann. So, mein. So, was ich?